In zwei Stunden hast du Zeit, mein Geld zu geben, sonst mach ich's nicht kalt. Der hat eine Multitude oder was? Was? Oh mein Gott! Warte, was ist von hinten? Hey, was kommt ihr? Ey, guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen in einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist der Special Guest dabei. Leon, guten Tag, guten Tag. Heute wird richtig schlimm, Leute. Heute werden wir einfach mal einen weißen Van verfolgen. Was? Wir haben uns gerade spontan überlegt, das zu machen, das Video zu drehen. Wir sind nämlich gerade schon auf dem Parkplatz angehalten. Und Leute, schaut mal, hier stehen zwei Vans. Ja? Einmal der hier, den richtig kaputten. Und einmal dahinter ist auch noch ein anderer Van. Ey, da steht Free Candy, glaub ich, drauf, ne? Und dahinter ist noch ein Van. Da ist noch so ein weißer. Welchen sollen wir verfolgen? Ich glaube, den hier, der ist interessanter. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Machen, komm. Warte mal, ich glaube, der ist los, oder? Hä, haut der ab? Komm, guck. Dicker, sollen wir den jetzt echt nehmen oder den anderen? Der steht? Nein, nein, den da, komm. Ja, okay, guck, dann nehmen wir jetzt den. Komm, schlägt schnell ein. Warte, dann schnappen wir uns. Mal, Aldi, ich komm, stellst du gleich ein. Mach die Tür zu schnell, schlägt, 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 schlägt. Hallo, 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 schlägt. Ja, ja, mach ich, mach ich. So, Leute, ich werde kommen jetzt. Oh, der hat im Linker gesetzt. Dicker, halt mal kurz. Alter, warum steht da Free Candy drauf? Ich hab kein, weißt du, was das bedeutet? Kostenlose, äh, ähm... Süßigkeit, ne? Süßigkeit. Dicker, der fährt total schnell. Hä? Dicker, ich komm da kaum mit daher. Dicker. Alter, wie schnell jagt der denn? Oh, Marvin! Wo? Dicker, der fährt so schnell, total schnell, der Typ. Dicker, ist total wie nach so'n, so'n, so'n alter Opa oder so, ey. Ja. Keine Ahnung, guck jetzt erstmal Leute. Ey, Leontien, ich glaub, der hält jetzt an oder so, ne? Hä? Hält jetzt an? Der macht Blinker. Ich glaub, der wird jetzt anhalten. Oh, der macht einfach Blinker und fährt weiter. Dicker. Ich glaub, der will uns abhängen. Warte, der will doch bestimmt jetzt hier reinfahren oder nicht? Hä, lol. Was? Dicker, der macht Blinker. Leute, schaut mal, der macht Blinker. Der ist jetzt fast reingefahren. Digga, ich glaub, der hat jetzt reingefahren. Was? Ich glaub, der will uns abhängen oder so. Hä? Jetzt wieder aus. Ey, Leute, guckt euch mal. Der fährt jetzt wieder normal. Hä? Alter, Leute, schaut mal, der fährt total schnell. Oh mein Gott! Oh, ich komm da kaum unterher. Digga, der versucht uns abzuhängen, glaub ich. Ey, meinst du, der hat uns gemerkt? Boah, ich glaube ja. Alter, Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da jetzt erstmal hinterherkommen. Boah, ja. Digga, was hat der vor? Im Abend hast du... Oh, der fährt... Ich komm kaum unterher. Oha, wie schnell der fährt. Ey, Marvin, hast du ne Vermutung, wo der hinwährt? Ne, gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der hinwährt. Vielleicht will er irgendwie... Keine Ahnung. Alter, wir haben ihn verloren! Was? Scheiße, der ist weg! Marvin! Digga, der ist weg! Wo ist denn er langgefahren? Er ist einfach weg! Ey, Mist, das gibt's doch gar nicht! Da ist er, da ist er, da ist er! Da hinten! Da! Alter! Bruder, was ist denn mit dem los gewesen? Wow! Digga, der fährt viel zu schnell! Alter, ich sag dir ehrlich? Ich glaub, der fährt so wirklich nach Hause. Ja, aber da vorne ist die Schule! Marvin! Und ein Kindergarten! Wenn der jetzt links fährt... Der stoppt! Der haltet an! Der haltet an! Warte! Marvin, ich glaub, der fährt in den Wald! Nee, warte mal, warte mal! Digga, der fährt... Der ist links! Hier ist doch die Schule! Der pickt ab! Ja, Leute! Oh mein Gott, der fährt zur Grundschule! Alter! Du musst diesen Abstand halten, Alter! Warte, 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 wir parken hier drin! Das wird ja nicht! Komm hier! Alter! Das ist ein Gefälliger, Mann! Der kommt schon die ganze Zeit zurück! Alter! Der kommt schon die ganze Zeit zurück! Warte, komm! Warte, komm! Was? Digga, das ist immer leise! Alter! Digga, das ist irgendwas Blut? Ist das... Ist das Blut oder so? Nein! Das ist irgendwie ruhig! Warte, sag mal, da ist jetzt... Bestehst du laut? Deine Tüte raus! Baseball-Schläger! Alter! Vielleicht wird er Baseball spielen! Nein, Digga! Oh! Was ist denn weh? Wir müssen jetzt mal hinterher! Renn! Ja! Let's go! Alter, Leute! Guck dich das mal an! Free Candy! Oh mein Gott, Leute! Wir müssen jetzt erstmal hinterher, ne? Oh! Der guckt sich die ganze Zeit! Was will der Typ auf dem Spielplatz? Ich hab keine Ahnung! Da hat er gar nichts zu suchen! Ja! Digga, wo geht der Typ hin? Was hat der da von der Tüte hingepackt? Was? Was macht der? Was? Digga! Der hat die Tüte weggeworfen! Was? Sollen wir jetzt gucken, was in der Tüte drin war? Ja, komm! Schnell, aber ich weiß nicht... Wir müssen ganz schnell gucken, ob wir die finden! Komm schnell! Dann müssen wir da her! Der läuft da vorne! Da ist die Tüte! Da ist sie! Komm schnell! Alter! Digga! Da ist Kinderspielzeug drin! Da ist ein... Lippenstift! Komm, egal! Lass das da liegen! Komm, wir müssen hinterher! Wir haben jetzt keine Zeit! Digga, der ist ja... Der ist ja total gruselig, der Typ! Komm schnell hinterher! Mal gucken, was er noch im Schilde spielt! Ich will gerne wissen, was in seinem Auto noch drin ist! Alter, lehnt hin! Komm! Wir gehen mal ganz schnell rein! Komm mit! Ich glaub, der telefoniert gerade, oder so! Hey! Wo bleibt mein Geld? Alter! Ich hab alles gemacht, was hast du gesagt! Alter! Alles! Zwei Stunden hast du Zeit, mein Geld zu geben! Sonst mach ich's nicht kalt! Oh mein Gott! Komm, schnell! Komm, ist weg! Komm, komm, komm! Stell in den Wagen rein! Stell, Leute! Steig rein! Stell, 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 wovon er sieht! Komm, stell rein! Komm, stell! Steck dich! Runter! 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 Alter, was war mit dem los? Runter! Man, runter! Ich will filmen aus der Scheibe, keiner zu sehen! Kann man nicht reingucken! Leute, guck, der fährt jetzt! Shit, shit, shit! Ich glaub, der dreht hier! Alter, ganz runter! Komm, wir müssen hinterher! Komm, verlos! Ja, mach ich! Mann, ich bin doch dabei! Digga, Leute, wir verfolgen jetzt weiter! Was ist denn mit dem los gewesen, Alter? Digga! Ey, Mann, der redet da irgendwas von! Er will sein Geld haben! Hab ich auch gerne! Also, verstehst du da irgendwas? Keine Ahnung, Digga! Und was war mit der Tüte da drinne? Genau! Was war das denn für einer, Alter? Hast du gesehen, die Tüte, was er da drin hatte? Ja! Welches Spielzeug war das irgendwie, ne? Ja! Und da waren so Tücher! Let's go! Wir fahren jetzt erstmal hinterher! Ja! Ich würde sagen, wir melden uns gleich, wenn irgendwas Spannendes passiert oder so! Wir lassen den Typen mal, wir waren ja nicht aus den Augen! Leute, da vor uns ist der! Digga, war vor ihm locker schon jetzt über eine Stunde! Alter, ist ja auch schon dunkel geworden! Ey, Leontin! Ja? Ich zeig dir ehrlich, jetzt fährt der Typ in der Stadt hin! Ich bin mal gespannt, wo der jetzt hin will! Ich weiß nicht, was er jetzt machen soll! Ich hab auch bald echt keinen Bock mehr, der muss man heißen! Ich will da abbiegen! Ich will zu McDonalds! Tatsächlich! Alter, Leute! Schaut mal, der Fat Made Drive! Ey, guck mal an, wie kaputt der auch ist! Ey, Leute! Wir bestellen jetzt auch erstmal McDonalds! Lass mal genau das gleiche nehmen, was der nimmt, oder? Ja, ja, genau! Ey, der ist richtig gruselig, der Typ! Digga! Digga, der hat einen Baseballschläger, das weißt du, ne? Ja, natürlich! Ja, welcher Mensch hat einen Baseballschläger? Geht in den Wald? Der kann doch nicht normal sein! Ich bin mal gespannt, was der Typ jetzt auch genommen hat! Ich schätze genau das gleiche, wie der in dem weißen Van! Also, der ist das Auto vor mir! Let's go! Digga, ich bin echt gespannt, was der Typ jetzt genommen hat! Kann den auch nicht erkennen, oder? Sieht man da aus? Ne! Ich kann das nicht erkennen von hier aus! Digga, aber guck mal, der ist hinten komplett kaputt! Und da ist Free Candy Star stehen drin! Ja, aber guck mal da an! Der schaut an, der andere an den Glas! So ein Typ ist das, ne? Ja! Alter, der ist echt komisch, der Kerl, ey! So, wir gucken jetzt erstmal! Wer das Essen gleich entgegen nimmt! Alter, Leute! Der Typ hat gerade gezahlt! Ich glaube, ich gebe ihm gleich das Geld zurück! Guck mal! Ja! Ja! Die Leute, der Band ist schon vorgefahren! Ich schätze, hoffentlich bleibt der gleich irgendwo da stehen! Sonst haben wir richtig große Probleme! So, Leute! Wir haben jetzt 5,75 Euro bezahlt! Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was es jetzt gibt! Aber ich war jetzt gespannt, wenn wir uns das jetzt geben! So, wir müssen erstmal schauen, was wir jetzt auch kriegen! Was denkst du, was könnte es sein? Big Mac! Warum dein Ernst? Ich weiß es auch nicht! Wir gucken mal! Ein Happy Meal! Ein Happy Meal! Geh mal her! Guck mal, was ist das denn? Digga, ich habe gedacht, da kommt jetzt was Gutes! Warte, lass mal ein Stück vorfahren! Gucken wir es gleich mal an! Leute und Team! Boah, das steht, verpisst euch! Wie? Digga, das hat die uns noch mitgegeben! Warte, wir haben das? Das hat die uns auch gegeben! Digga, das hat der Typ bestellt! Keine Ahnung! Hier noch ein Wasser! Digga, das ist... Dein Ernst? Das ist ein Happy Meal! Mit schicken Nuggets! Oh, der Typ, der ist total komisch! Digga, das ist doch voll das Kinderessen, oder nicht? Und das Spielzeug, ein Buch! Das ist doch voll die Drohung! Drohung? Drohung! Lass mal gucken, dass wir ihn jetzt wieder hinterher fahren, Leute! Wir müssen jetzt weiter! So Leute, der Typ fährt jetzt direkt weiter! Ich fange jetzt wieder hinterher! Der hat einfach eine Happy Meal geholt! Das ist für Kinder! Der ist doch komisch, der Typ! Ja, ja! Herr Leontien! Ja! Ich sag dir ehrlich! Ich bin jetzt mal gespannt, ob er jetzt hin fährt! Leute, schreibt mal in die Kommentare! Ob wir öfter solche Leute verfolgen sollen! Wenn ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir als sie es verfolgen sollen! Digga, hier ist doch alles Waldgebiet, ne? Lass mal gucken! Digga, der fährt... Ohne zu blinken an der Ausfahrt! Was? Oh, der fährt hier in den Wald! Digga, Leute, der fährt in den Wald! Was? Was macht der? Ey, der stellt sich so, dass wir nicht in den Kofferraum reingucken können! Scheiße! Lass mal gucken, was der jetzt macht! Ich bin jetzt gespannt, was der jetzt macht! Alter, Leute, der steigt, der steigt aus! Ja, ja, ich bin unten! Guck dir mal den Mann an! Digga, erzählen wir den das erste Mal! Was macht der jetzt? Was? Was hat der vor? Digga, der geht in den Koffer oben ein! Warte! Aber wer denn auf? Ey, ey! Der hat eine Müllschicht oder was? Was? Der hat einen richtig dicken Müllsack! Alter! Der hat den Müllsack da! Was könnte da wohl drin sein? Ey, komm! Lass mal hinterher! Nimm das Licht mit! Nimm das Licht mit! Nimm das Licht mit! Der geht in den Wald! Komm schon! Komm, wir gehen hinterher! Komm, wir verfolgen den mit! Digga! Der hat hier Klebeband verloren! Was? Wir müssen jetzt erst mal suchen! Wir müssen jetzt erst mal suchen hier! Alter, Leute! Ich seh mir in die Kommentare, ob ihr jetzt auch alles habt! Man sieht den kaum! Leute, ich zoome an dich! Wir sind dicht da dran! Guck mal, da ist der Typ! Wir zoomen gerade ein bisschen rein! Ja, wir sind richtig weiter weg, aber Ted! Guckt euch mal die Müllschicht an! Alter, was macht der da? Alter! Digga! Komm, Leonty, lass mal zurück! Lass mal in seinen Vent gucken! Lass mal gucken, was der da hinten drin hat, okay? Komm, guck mal, stell den Kofferrauben rein! Oh mein Gott! Digga, was ist das denn? Oh mein Gott! Alter! Hier sind einfach Süßigkeiten! Digga! Digga! Digga, ein Müllsäck hat der hier? Digga, das ist ein Tuch! Geh mal rein! Lass mal! Alter! Boah! Hier ist die Burger-Pommes-Limo! Alter! Alter, lass mal! Komm, lass mal gucken! Digga, was hat der da drinne? Warten, was ist von hinten? Hey! Ah! Ah! Digga! Na, Muffin! Digga! Werden du voll deine gegeben, Alter? Muffin! Warte mal! Aua! 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 Warte mal... Aua! Aua! Warte mal! Aua! 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 Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Ey, Digga, hier sind auch Süßigkeiten. Hier ist so ein altes vermocktes Tuch. Hier ist auch so Blut an den Dingern. Steht help drauf. Digga, der Typ hat uns einfach hier gefangen drin. Ja. Ey, Leute. Alter, es geht hier... Alter. Es geht hier total... Digga, ich hab ein bisschen Angst. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Digga, der Typ hat uns hier einfach gefangen im Van. Ja, ja. Leute, ey, das war das schlimmste Video meines Lebens. Genau. Digga, Leute. Ey, ich auch. Digga, ich weiß auch, wir können ja auch gar nicht rausgucken. Der hat alle Dinger gepanzert. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Ey, ich würde sagen, Leute, lasst den Fetten auch noch oben da. Kostenlos, hallo. Und ciao, ciao.